Ja, hallo und ein herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda und wieder mal dabei ist der Smoker. Servus. Bis jetzt noch ein Random, aber vielleicht kommt noch einer. Und mal weiter. Weißt du, dass er noch in der Nacht joint? Ja, das werden wir sehen. Und, äh, es ist mal wieder eine Apex-Mission. Tief in den Ruin, ne, oder? Ja. Untergrund. Ja, tief in die Ruin. Hier hat man erst zweimal gespielt, die Map. Jetzt ist es dritte Mal. Ja, zwei oder drei Mal. Oh, die Map ist geil. Ja, hat was. Die hat man nicht so oft. Ist ja auch eine Apex-Map. Ja, ja. Deswegen hat man sie ja auch nicht so. Ja. So, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Keiner da, okay, da haben wir gewonnen. Juhu, gegen den Ruin. Schön wär's. Ja. Bleiben Sie wachsam. Ist doch keiner da. Ha. Ha, die kommt ja da hinten. Na, aber sowas davon. Ha. Da liegt da schon einer. Der hat aber auch nicht lange übergehalten. Warte, ich renne mal zu denen. Ich werde ihn mal wiederbeleben. Da haben wir vor drei oder vier Stück weggenatzt. So, bitteschön. Wie war das gegolten? Ja. Du. Ich hab die Reise. Ich? Wieso, ich? Ja, ich hab die Reise. Du kriegst nicht mehr. Du kriegst nicht mehr. Du kriegst eigentlich nicht mehr. Guck mal dein Video, äh, mein Video an. Dann seh ich, wie du mich ständig um den Stich lässt, oder wie? Ach, Quark. Da war doch schon da einer tot. Was ist denn hier los? Geheg noch. Aber wir sind gleich neben dem Musik. Aber wir sind jetzt zu vier. Ja. Geh mal hin. Ist da noch einer hinzugekommen? Boah, zieh verdeckt. Das ist doch sowas von... Nee. 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 Lass mich doch mal weg! Lass mich durch! Lass mich weg, ne? Na, kann ich nicht wählen! Ach, jetzt komm ich! Ja, ja! Kränkel! Oh, toll! Hecken! Hecken? Okay! Wo? Da hinten? Da, wo sich das Tor öffnet! Ja, ja! Ich bin auch auf der anderen Seite! Bin dort! Wir sitzen im Moment! Wir sitzen im Moment auf der anderen Seite! Ich bin ich Säge! Ich bin wirklich! Ich bin wirklich! Ich bin ganz klar! Ich bin ganz klar! Ist das ein? Ja... Ich bin es im Moment! Ich bin nehm klickt! Ich bin ganz klar! !? Du hast ihn, am дней! Du bist in der ganzen Welt! Ich bin wieder ins... Wir machen im Moment! So lange verliehen wir auch. Schauf herbst du mit hacken, das ging doch nicht schnell. Oh, endlich. Was? Ja, weil ich fast kein Mund habe. Hier vorne müsste vielleicht liegen. Oh. Weggekickt. Die war ich glaube ich auch noch gar nicht. Die unten war es auch noch nicht. Oh, muss ich gestern machen. Ja, die Story auch nicht. Wenn du hier durch die Wand gehst, sie müssen ins Missionsgebiet zurückkehren. Ja, ich bin auch schon mal da durch gejumped. Ach, hier ist ja noch ein Zerstörer. Der hat es auf mich abgesehen. Das ist gut. Dann lässt er mich in Ruhe. Ja toll. Aber ich stehe genau neben dir. Wo ist du? Geh weg von mir. Hehehe. Der hat schon mal keine Ärmsten mehr. Das ist schon mal gut. Oh, du Strahlemann hier. Nerven mich. Der ist hin. Das ist schön. Da muss jemand einen Cobra so rufen haben. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Aber der hätte wohl so weggenommen. Nachladen. Was war denn jetzt denn hier? Das hat ja weh getan. Sicher? Ja. Du weißt schon, dass du kein Kroganer bist, oder? Warum? Weil du es so mit Nahkampf versuchst. Ja, ich bin aber Nahkampfkämpfer. Bei einem Tilger. Ich bin Nahkampfkämpfer. Du bist aber kein Kroganer. Ja, was hat das damit zu tun? Alles, du bist ein Mensch. Du bist schwächlich. Quark. So, und du? Welle 6. Nee, 5. Ach nee, daneben 5. Hast du es zählen verloren? Nö, ich hab nicht drauf geschaut. Was drauf gestanden. Naja, immer diese Ausregung. Schaumzerstörer. Ich kann nur noch nicht ausmachen, wo der ist. Ich weiß, wo er ist. Das ist ganz oben, alter. Das ist mies. Äh, hups. Au, 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 au. Oh, ich liege hinter dir. Was? Hä? Unter mit dir. Ja, genau. Hast du nicht weit. Danke. Ja, schön. Ich hab jetzt mal zwei Demo benutzt. Zwei? Ja. Weil er beim ersten nicht komplett down wird. Da ist aber noch ein Loch. Echt? Ich weiß noch nicht so. Ich weiß noch nicht so. Oder hab schon stoppt. Ja, ja, ja. Liegt da einer. Ich bring ihn mal hin. Tatsache, da ist wirklich noch einer. Ja. Wo ist der? Da unten. Oh. Das juckt ja nicht. Kürzer. Oh, alter, ich brauchen Muni. Okay. Muni? Muni war ja irgendwo. Woh. Oh, irgendwo ist es gut. Nur wo? Na, wo, äh. Hier, hier, wo ich bin. wo ich bin, hier, hier, hallo ach, wir müssen dahin, ok kommen wir zurück ich hör ja was ach, jeder muss, ah, ich bin hier verkehrt ach, da ok hier räh ich mich auf zeichen, guck mal holen ah, ich liege hinter der Wand wiederbelebt ey, ich hab gerade einen Cobra vergeschossen ich auch was, du auch, es sind nur zwei hier das ist gut und ich liege ich liege aber noch im Kreis ich bin gleich weg vom Herz hinter dir oh, ich liege auch oh, ich werde wiederbelebt oh, wie du da lagst, ey keine Ahnung, ich hab's ja auch nie gesehen das sah geil aus du loggst doch, ich schau hier auf der Kante echt? wir haben's eingenommen schön ich brauch Muni oh, ich bin gleich weg, ich bin gleich weg scheiße ach, wer ist denn? da müssen, ich glaub, noch zwei sein der eine ist hier hinter der wand da kommst du aber nicht drin also kannst auch schießen da sind nur noch wand hier siehst du das scheiße doch ich kann treffen jetzt ist so tot jetzt müssen wir wieder das ganze stück zurück nein das sind mindestens zwei metten ich sehe schon ok ich wollte ihn gerade wieder ich haue ab hier kommt mit etwas schaffen das ist alles nicht boah du scheiß dämmlicher prescher Also Kopa habe ich nicht mehr, ja. Ich habe noch einen. Den stören wir so weg. Dürfte jetzt noch einer da sein, oder ist der auch schon weg? Ich habe keine Ahnung. Also ich höre noch einen, also mindestens einer ist noch da. Ah, nein. Ach, was werde ich denn hier? Nein, ich bin hier runtergeprungen. Wir haben noch ein paar Sekunden, weiß ich das nicht. Ich bin im Kreis. Ja. Ich liege. Wiederbelebt. Ich glaube nicht, dass du es noch geschafft hast. Ich habe da auch Wiederbedingungen gedrückt. Mist. Äh, kurz davor. So was aber. Durch so einen Beobachter oder so. Das hieß ein komischen Streiter. Die hauen aber ordentlich rein. Ja, die strahlen. Oh, ist das Strähle? Nee, das ist ein Strahl jedes Mal. Ja, aber Mehrzahl von Strahl? Strahle oder Strähle? Äh. Weiß nicht. Weiß auch nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin nicht mitgekommen. Ach, Mann. Schade. War zu knapp. Ach, Mann. Was soll's? Man kann ja nicht immer. Das klappen. In dem Sinne war es das mit der Freude. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Like oder schreibt etwas in den Kommentaren. Bis denn. Ciao. Tschüss